Ich habe ein Recht auf Geheimnisse, weil es mir wichtig ist, wem und was ich ihm erzählen möchte. Ich habe das Recht darauf zu erfahren, woher ich komme, da das zu meiner Persönlichkeit gehört. Ich habe ein Recht auf Privatsphäre, weil ich es sehr wichtig finde, sich mal zurückzuziehen und seine eigenen Dinge zu tun. Ich habe ein Recht auf Freizeitjobs, damit ich neben der Schule auch mein Geld verdienen kann. Wir haben ein Recht auf Meinungsfreiheit. Weil wir finden, dass jeder seine Meinung sagen kann, ohne bestraft zu werden. Ich habe das Recht auf Privatsphäre, weil es nicht jedem was angehen soll, was ich in meiner Freizeit mache. Ich habe das Recht aufmareeau inte hoären. Ich habe das Recht auf Pingst πε pelo Eingangs Finanzen oder Eingangs fullyosteibe.